moin leute was geht hier ist wieder der geist in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr unendlich geld machen könnt und zwar kann man das geld was man dabei hat verdoppeln hierfür würde ich erstmal ein zweit aufträge machen damit man überhaupt geld im inventar hat ich habe jetzt etwas mehr weil ich das schon ein zweimal gemacht habe und wenn ihr dann die summe habt dann kauft euch hier das grabstein perk oder ich bin auch damit einfach ins spiel starten wenn ihr das haben solltet wenn ihr das perk dann habt leute dann bringt euch um oder lasst euch von den zombies umbringen spielt gar keine rolle wenn ihr dann tot seid könnt ihr auch einfach aufgeben und danach müsst ihr den hilferuf ignorieren und falls ihr nicht so durch spielt so wie ich dann wird euch dieser kommt und gar nicht angezeigt dann könnt ihr auch einfach das spiel verlassen wenn wir dann ein neues spiel sucht leute seht ihr schon direkt auf der karte gepinkt euer grabstein wenn es weiter weg sein sollte dann schnappt euch einfach ein fahrzeug und geht dorthin und wenn ihr dann alles da drinnen aufnimmt euer geld wieder nimmt dann habt ihr das verdoppelt ich habe jetzt zum beispiel über 50.000 und wenn ich das jetzt noch mal machen würde hätte ich über 100.000 aber einen nachteil hat dieser glitch doch denn wenn ihr den gemacht habt und wieder neu in die karte kommt dann habt ihr natürlich die waffen nicht mehr oder auch punkte serien und eure plattenweste habt ihr auch nicht mehr aber ihr habt dann genug geld um euch alles ganz easy noch mal neu zu holen das was dann mit dem video leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein leichter und ein kostenloses abo damit ihr in zukunft nichts mehr verpasst danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal